Die 90 Jahre eures Priestertums in Addition sind wichtiger Teil der gnadenhaft und unerklärbaren Entwicklung unseres Klosters und unseres Hauses. Ahme nach, was du vollziehst und stellt euer Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Gerne bin ich wieder in das schöne Stift Heiligenkreuz im Wiener Wald und in die philosophisch-theologische Hochstule Benedikt XVI. der Heiligenkreuz gekommen. Um natürlich Ihnen allen als Apostolischer Nuncius die herzlichsten Grüße und Segenswünsche unseres Heiligen Vaters Papst Franziskus zu überbringen. Wir danken dir, unserem Rektor, unserem Professor und unserem Missionar. Herzlichen Dank auf viele Jahre. Hier liegt es am Herzen, dass hier Menschen in guter Weise ausgebildet werden, biologisch aber auch geformt werden zum Priestertum. Der Hof von Heiligenkreuz ist jetzt wieder beliebt, weil unser Pater Karl hat Gott wie es bewegt. Wo endlich auch scheine, nur Lärm und Mist gemacht, wird unterm Theologen großartiges Volk geist. Wir sind fröhlich über die letzten Jahre, die wir hier verbracht haben, aber auch traurig, dass der Pater Karl jetzt gehen muss. Die war Professores. Natürlich wäre unsere Hochschule auch nichts ohne die Professoren, die uns tagtäglich begleiten, die uns hier ehrenamtlich unterrichten. Danke, unser Geld Gott! Auch für uns Studenten ist heute ein großes Anliegen, dass wir Danke sagen, und zwar zuerst noch einmal den Wohltätern, die sie heute da sind. Sie haben vieles hier erst möglich gemacht, das ohne sie nicht möglich wäre. Danke, Pater Karl, dass Sie, uns Studenten, ein großartiges Vorbild für die Verbindung von Spiritualität und Intellektualität von Fides et Ratio sind. Apostel Benedikt hat diese kniende Theologie bei seinem Besuch Heiligenkreuz ans Herz gelegt. Eine Theologie, die Wissenschaftlichkeit und Heiligkeit verbindet. Und Pater Karl war diese kniende Theologie immer ein großes Anliegen. Und dafür möchten wir uns als Studenten von Herzen bedanken. Der Herr singe euch, der Herr behüte euch, der Herr behüte euch, er wende euch sein langes Gesicht voll grüte zu. Sie waren für uns nicht nur ein Rektor, sondern viel mehr. Sie waren Vater vieler Studenten. Vielen Dank. Vielen Dank.